Hier ist Politik in Brandenburg, heute direkt wieder aus dem Landtag Brandenburg in Potsdam. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Ich bin Andreas Dorfmann. Mein heutiger Gast hier im Fernsehen und auch bei YouTube, im Fernsehen in Brandenburg und in Berlin und bei YouTube sogar weltweit, ist Matthias Steffke, Landtagsabgeordneter von BVB, Freie Wähler im Landtag Brandenburg. Schön, dass Sie da sind. Also im Land Brandenburg wird im Jahr 2024 so einiges gewählt. Die Europawahl, gut, die haben wir in ganz Deutschland. Dann Landtagswahl in Brandenburg neben Sachsen und Thüringen. Kommunalwahlen gehören auch noch mit dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen denn die Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen, das heißt nämlich BVB, Querstrich, Freie Wähler in diese Wahlen? Ja, optimistisch auf jeden Fall. Wir sind gut aufgestellt. Wir werden zur Kommunalwahl die höchste Zahl der Kandidaten an den Start bringen, die wir jemals an den Start gebracht haben. Und ja, wir bereiten uns jetzt natürlich auch inhaltlich, programmatisch vor, organisatorisch, parallel. Also wir sind guter Dinge und freuen uns auf den Wahltag. Sie sind ja gebürtiger Berliner aus Kreuzberg. Jetzt leben Sie schon seit längerer Zeit in Blankenfelde-Malo im Landkreis Teltow-Fleming. Wie hat sich denn Ihr Land- und Wahlkreis so, das wird die Zuschauerinnen und Zuschauer interessieren, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt? Naja, mein Landkreis und meine Gemeinde, wo ich auch politisch zu Hause bin, Blankenfelde-Malo, ist natürlich sehr stark geprägt durch die Belastung aus dem Fluglärm vom BER. Ich gehörte zu einer, und gehöre immer noch, zu einer Bürgerinitiative, die ursprünglich mal gegen den Standort versucht hat, Front zu machen. Und wir sind auch als Bürgerinitiative vor das Bundesverwaltungsgericht gezogen mit der größten Anzahl an privaten Klägern, die dort jemals eingereicht wurde. Wir haben den Standort nicht verhindern können. Er bleibt aber ein falscher Standort, weil er auch innerhalb einer dichten Wohnbesiedlung implementiert wurde. Und das ist das, was meiner Gemeinde sehr zu schaffen macht, weil wir sind deutschlandweit die Gemeinde, die am stärksten von dem Fluglärm. Da klemmt ja auch so einiges. BER kommen wir gleich noch dazu, denn damit haben Sie auch zu tun. Was läuft denn positiv, sagen wir es mal so? Was ist denn, wenn Sie jetzt dafür Werbung machen können, Plankenfelde-Malo, Teltow-Fleming, was würden Sie denn da sagen? Ja, also es ist ein Landkreis, der sich wirtschaftlich auch gut entwickelt hat. Teltow-Fleming war ja unter den ostdeutschen Landkreisen lange Zeit die Nummer eins überhaupt. Ich weiß aktuell nicht, ob es noch so ist. Auf jeden Fall stehen wir gut da. Und ja, das hat damit zu tun, dass sich Wirtschaft in Teltow-Fleming ansiedelt, sich hier gut aufgehoben fühlt. Und das ist natürlich immer zu begrüßen und das freut einen. Ja, ja, Ludwigsfelde, Großbeeren, wir wissen viele Logistikzentren, also da passiert eine ganze Menge. Reus, Reus und Dahlewitz, sind wir froh, dass wir die zwei uns haben. Also auf jeden Fall. Ganz Brandenburg entwickelt sich. Sie sind Innenexperte, unter anderem Mitglied der Kontrollkommission des Verfassungsschutzes. Wie stehen Sie denn zu einem AfD-Verbot? Ich glaube, das wäre nicht der richtige Weg, weil erst mal gibt es hohe Hürden, Parteien zu verbieten aus gutem Grund. Und es würde Wasser auf die Mühlen derer sein, die das verstehen, für sich zu nutzen. Und das darf nicht sein, das soll nicht sein. Wir müssen die politische Auseinandersetzung mit dieser Partei führen. Das tue ich hier auch regelmäßig im Landtag, im Plenum, in den Ausschüssen inhaltlich. Es bringt überhaupt nichts, sie immer wieder mit der sogenannten Nazi-Keule zu konfrontieren. Natürlich gibt es Funktionäre, Mitglieder, die sehr stark in diese Richtung tendieren, die als erwiesen rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz eingestuft wurden. Aber wir müssen an die Wählerinnen und Wähler heran. Und die wenden sich dieser Kraft zu, weil sie mit vielen politischen Entwicklungen und Entscheidungen nicht einverstanden sind. Und da gibt es sicherlich viele Punkte, die überarbeitungsbedürftig sind. Und das müssen wir tun. Und dann bin ich zuversichtlich, wird diese politische Kraft auch wieder abgeben. Mit guten Argumenten den politischen Gegnern schlagen. Das ist Ihre Idee. Am 9. Juni findet in Deutschland die Europawahl statt. Europa ist ein weiteres Steckenpferd Ihrer politischen Arbeit. Welche Ziele haben BVB-Freie Wähler für Brandenburg in Europa? Also ich komme gerade aus der Sitzung des Europaausschusses, hat heute getagt, ist aber schon zu Ende, sodass ich hier pünktlich zu Ihrem Interview kommen konnte. Ja, Brandenburg profitiert sehr stark von Europa. Und es ist unsere Position, dass wir wollen, dass Deutschland und somit auch Brandenburg weiterhin Mitglied der Europäischen Union bleibt. Die Europäische Union muss reformiert werden. Das ist auch klar. Das war auch gerade Gegenstand der Erörterung. Hier gibt es ja Bemühungen, auch aus dem Europäischen Parlament heraus, da voranzukommen. Aber das ist eben ein Tanker, der sich nicht so leicht bewegen lässt. Das braucht lange Zeit. Wir rechnen da eher in Jahren. Und es wird auch jetzt für die nächste Legislaturperiode noch nicht gelingen können, die Reform schon umzusetzen. Neben dem Landtag kennen Sie auch die Arbeit im Kreistag sehr gut. Wie unterscheiden sich? Ich weiß, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer sich genau diese Frage stellen, die die Politik auch nur von außen, zum Beispiel hier über das Fernsehen, beobachten. Wie unterscheiden sich denn die beiden Tätigkeiten? Gemeindevertretung und Kreistag oder kommunale Ebene und Landtag? Dann können wir ja das alles nochmal aufdröseln. Also Landtag, Kreistag, kommunale Ebene. Also es gibt da unterschiedliche Ebenen mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. Die Gemeindevertretung ist eben wirklich nur zuständig für den begrenzten Raum einer Gemeinde oder die Stadtverordnetenversammlung für eine Stadt. Kann man da was entscheiden? Kann man überhaupt was entscheiden? Da kann man sehr viel entscheiden. Und das ist auch ein Punkt, den wir jetzt zur Kommunalwahl stärker herausstellen müssen. Es sind nicht nur die Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene, die die Leute unten ärgern, sondern viele, viele Entscheidungen fallen auf der untersten Ebene. Das ist das, was jeder in seinem Alltag bemerkt und vielleicht auch stört. Und deswegen ist es wichtig, sich für die Gemeindevertretung als Kandidat aufzustellen, aufstellen zu lassen, gewählt zu werden und mitzubestimmen. Die Wirtschaft spielt natürlich eine große Rolle im Land Brandenburg. Es gibt aber auch noch andere Themen. Wissenschaft, Forschung und Kultur sind nämlich auch weitere Arbeitsfelder von Ihnen. Wie steht das Land Brandenburg in diesen Bereichen momentan da? Also wir sind gerade an der Überarbeitung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes, wo wir auch viele Verbesserungen für das Lehrpersonal, für die Studierenden herbeiführen wollen. Und ja, wir sind im Rahmen des Strukturwandels in der Lausitz dabei, eine neue Universitätsmedizin aufzubauen. Da sind wir jetzt in den entscheidenden Phasen, dass dieses Jahr noch das Errichtungsgesetz vor den Landtagswahlen beschlossen werden soll. Und dann wird da eine tolle Sache entstehen, die in der Region den Strukturwandel positiv begleitet. Sie sind zudem, und das hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, Mitglied im BER-Untersuchungsausschuss. Gibt es eigentlich noch Neuigkeiten vom Pannenflughafen? Also wir haben da jetzt unzählige Sitzungen schon hinter uns, sind jetzt mit der Beweisaufnahme, mit Zeugenvernehmung durch, fährt den jetzt quasi den Abschlussbericht, der vorgelegt werden muss. Wir haben uns zurückbewegt bis in die Entstehungsgeschichte des BER, bis hin zu den Pannen beim Bau, bei den Finanzfragen. Ja, wir haben es auch an dem journalistischen Interesse gemerkt, viel Neues kam tatsächlich nicht heraus. Aber bei dem einen oder anderen Zeugen hat man schon den Eindruck gehabt, niemand will es gewesen sein, warum da was schiefgegangen ist. Die Verantwortung hat immer gerade ein anderer in der Geschäftsführung getragen oder in der Verwaltungsebene, Mitarbeiterebene. Und das wird durch den Abschlussbericht sicherlich von uns, von unserer Seite nochmal herausgestellt werden, dass das doch ein sehr seltsames Ergebnis ist, dieses Untersuchungsausschuss. Mit Politik in Brandenburg sind wir hier im Landtag Brandenburg in der wunderschönen Landeshauptstadt Potsdam. Aber es gibt doch viele, viele andere schöne Gegenden, wie zum Beispiel Teltow-Fleming in Brandenburg, im Land Brandenburg. Potsdam-Mittelmark ist natürlich auch vielen bekannt, also der ganze Speckgürtel. So, aber jetzt schauen wir mal wieder rüber, nämlich in Ihre alte Heimat, in Ihre Heimatstadt, Geburtsstadt in Berlin-Kreuzberg waren Sie seinerzeit für die CDU, Bezirksstadtrat für Bauen, Wohnen und Sport. Helfen Ihnen die Berliner Erfahrungen bei Ihrer jetzigen Arbeit in Brandenburg? Durchaus, wenn man auf beiden Seiten des Zisches sitzt oder gesessen hat, also einmal quasi auf der Regierungsebene, wenn gleich ein Bezirksamt ja nicht eine wirkliche Regierung ist und jetzt als Abgeordneter hier im Landtag, dann ist das durchaus hilfreich. Und ich war ja damals sehr, sehr jung, war ja gerade 32 Jahre alt, als ich Stadtrat wurde und inzwischen bin ich 60 Jahre alt oder 60 Jahre jung und man hat sich entwickelt, auch die Arbeit auf der kommunalen Ebene hier in Brandenburg in der Gemeindevertretung im Kreistag hat mir geholfen, vorbereitend geholfen hier auf das Landtagsmandat und ich möchte auf nichts verzichten, weil nichts müssen. Also die Erfahrung aus Berlin mitgebracht nach Brandenburg, aber man kann auch viele Erfahrungen von Brandenburg nach Berlin transportieren, denn man muss das ja auch als Geistes sehen. Natürlich hat man die regionalen Bezüge oder die lokalen Bezüge, aber als Wirtschaftsregion, Wissenschaftsregion muss man natürlich weiterdenken, Hauptstadtregion Brandenburg und Berlin. Bei der Landtagswahl am 22. September treten Sie erneut als Kandidat im Wahlkreis 25 Blankenfelde-Marlo-Rangsdorf-Zossen-Baruth-Mark an und stehen als Kandidat der Landesliste auf Platz 3. Ein guter Platz. Mit welchem Gefühl gehen Sie für die BVB Freie Wähler ins Rennen? Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Landtagswahl, nicht weil ich das hier pflichtschuldig äußern muss, sondern weil ich weiß, wir haben eine tolle Mannschaft. Wir haben alle 44 Wahlkreise mit sehr guten Kandidatinnen und Kandidaten besetzt. Wir haben eine tolle Landesliste aufgestellt. Wir sind gerade in der Endphase zur Entwicklung unseres Landtagswahlprogramms, wo auch viele gute Punkte enthalten sind, an denen ich auch teilweise inhaltlich zuständigkeitswerber mitgewirkt habe. Und deswegen ist mir nicht bange, dass wir diese Landtagswahl erfolgreich beschreiten werden. Der Anschlag auf einen Strommast in der Nähe des Tesla-Werkes in Grünheide bewegt nicht nur Brandenburg, zumal es bei der Bekennergruppe eine starke Verbindung nach Berlin gibt. Frage, wird Grünheide nun zum Kreuzberg von Brandenburg? Das finde ich ein bisschen überzogen. Natürlich, dieser Anschlag auf den Stromverteiler, der auch dann die Tesla-Autofabrik betroffen hat, ist auf Schärfste zu verurteilen. Das haben wir als BVB-Freiwähler auch gemacht. Da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Man kann mit der Ansiedlung hadern. Man kann sie nicht gut finden. Auch die Erweiterung, die geplant ist, kann man ablehnen. Aber es rechtfertigt keine Gewalt gegen Sachen oder Menschen. Und auch nicht gegen diesen Stromverteiler. Und deswegen geht das gar nicht. Wenn man aus Berlin kommt und zum Beispiel dann nach Potsdam geht, in Potsdam wohnt oder auch in Cottbus oder in Frankfurt an der Ode, dann lebt man ja in großen Städten. Da funktioniert ja vieles. Aber auch bei Ihnen, quasi um die Ecke, also im Teltow-Fleming, ist das Leben ja doch etwas anders als in den Städten, großen Städten. Also die kleinen Städte oder die Dörfer funktionieren anders. Und jetzt geht es ja schon mal los. Vom Nahverkehr, ein Bus pro Stunde. Dann fehlende Ärzte, Krankenhäuser, Postämter, Bäckereien oder Bankfilialen vor Ort. All das wird dicht gemacht, so nach und nach. Was wollen Sie bzw. die Freien Wähler, BVB, Freie Wähler dagegen tun? Also auf die Gesundheitsversorgung bezogen, haben wir eine Volksinitiative gestartet, die Krankenhäuser in Brandenburg und die Arztpraxen zu erhalten. Schon in Anlehnung an die sich abzeichnende Krankenhausreform vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Wir wollen, dass in Brandenburg jedes Krankenhaus erhalten bleibt. Und ja, wir wissen um die Problematik, auch in meiner Heimatgemeinde Blankenfelde-Malo, haben wir das Problem, Ärzte zu finden, die sich bei uns niederlassen. Sie möchten vorzugsweise angestellt werden in sogenannten medizinischen Einrichtungsgesellschaften. Also dieses Risiko, als Arzt in eigener Praxis tätig zu sein, nimmt zu. Oder die Bereitschaft, das zu tun, nimmt ab, sagen wir es so rum. Und das ist ein ganz großes Aufgabenfeld für Brandenburg, dass das hier nicht eine weitere Verschlechterung durch die Krankenhausreform, die geplant ist. Ja, Insolvenzen, befürchtende Insolvenzen, zubefürchtende Insolvenzen von Krankenhäusern, das ist ja auch im Land Brandenburg ein großes Thema. Kann man dazu noch irgendwas Aktuelles sagen? Naja, wir hoffen durch unsere Volksinitiative dem Land Brandenburg Rückendeckung zu geben bei Verhandlungen über die Krankenhausreform und die Auswirkungen auf unser Bundesland. Und ja, die Zahl der Unterschriften ist erfreulich. Wir freuen uns über den Zuspruch dazu. Und wenn wir damit beitragen können, dass es verhindert werden kann, dass hier Kliniken zumachen müssen, dann ist das Ziel erreicht dadurch. Die AfD ist in Umfragen momentan in Brandenburg die stärkste Partei weit vor der führenden SPD, also die die Landesregierung, die momentan aus SPD, CDU und Grünen anführt. Also stärkste Partei. Ihre Partei, BVB Freie Wähler, hat den Abgeordneten Philipp Zeschmann an die AfD verloren. Der AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz Brandenburg, mit dem beschäftigen sie sich ja auch, das haben wir schon erfahren, seit 2020 als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Die AfD hält die Einstufung aber für falsch. Wie gehen BVB Freie Wähler nun mit der AfD im Land Brandenburg um? Wir haben ja vorhin schon das Thema gehabt, verbieten oder nicht. Aber wie ist denn ansonsten auch gerade nach diesem Abgang oder dieser Wechselgeschichte von den Freien Wählern zur AfD bei Ihnen? Wie läuft das? Also der Umgang mit der AfD hat sich deswegen nicht verändert. Wir haben uns von Anfang an seit 2019 klar von der AfD abgegrenzt. Wir haben hier auch keinerlei parlamentarische Zusammenarbeit im Landtag miteinander ausgeübt. Der Abgang von dem Kollegen war rein persönlich motiviert. Der hatte sich davon einen Vorteil versprochen, bei der Landtagswahl im September eher wieder gewählt zu werden, als über unsere Gruppierung BVB Freie Wähler. Aber nein, es gibt hier keine Zusammenarbeit mit der AfD. Und sie ist aber parlamentarische Kraft. Dazu haben die Wähler sich 2019 gewählt. Das muss man einfach mal so akzeptieren. Aber so wie sie hier auch auftritt im Parlament, ist das für uns kein Partner. Ja, dann sind wir gleich beim Thema Verrohung in der Gesellschaft. Das haben wir ja auch mit den anderen Politikern, Politikerinnen und Politikern besprochen, die schon in dieser Sendung waren. Also die Gewalt gegen Politiker, auch gegen Lokalpolitiker, ist in den Medien momentan ein großes weiteres Thema. Sind von der Gewalt auch Politiker von BVB Freie Wähler betroffen? Also wir haben sicherlich auch mal zu verzeichnen, dass unser einer beschimpft wird und etwas grob angegangen wird. Aber körperliche Geschichten sind mir da nicht bekannt. Und ich sage mal, das ist natürlich zu verurteilen. Das ist nicht in Ordnung. Aber man muss auch sagen, man braucht ein dickes Fell in der Politik. Und man darf nicht jeden verbalen Anwurf so persönlich nehmen. Das kann der eine besser ab, der andere weniger. Ja, aber körperliche Attacken sind mir gegenüber unseren Amts- und Mandatsträgern nicht bekannt. Der Ton hat sich aber auch natürlich ein bisschen verändert. Der hat sich verschärft. Ich habe also schon viele Debatten in den letzten Wochen und Monaten hier auch in Brandenburg verfolgt. Das ist nicht nur im Bundestag so oder auch in anderen Parlamenten, sondern auch hier besonders in Brandenburg merkt man ja doch diese Aggressivität. Aber auch viele lassen sich davon leiten und machen dann mit. Also kommt irgendetwas, ich sage jetzt mal Patziges von der AfD, dann gehen viele Politikerinnen und Politiker von anderen Parteien dann ans Mikrofon und kontern entsprechend. Finden Sie das gut, dass man dann genau so auf diese Art und Weise zurückpoltert, würde jetzt wahrscheinlich der eine oder andere sagen. Nein, finde ich nicht gut und wir dürfen auch nicht über dieses Stöckchen springen, was uns die AfD hinhält. Aber es gibt auch Grenzen. Das ist dringend erforderlich. Das habe ich auch schon gemacht, dass ich durch eine persönliche Erklärung oder durch eine Kurzintervention hier klargestellt habe, dass die AfD-Fraktion hier mit ihrem Redebeitrag doch das Maß des Ertweglichen und des parlamentarisch Wünschenswerten deutlich überschritten hat. Das ist manchmal notwendig, dass man das machen muss, aber man darf Ihnen auch nicht zu viel Aufmerksamkeit zukommen lassen, dadurch, dass man nun jedes Mal über jeden Satz sich veranlasst fühlt, das zu machen. Jetzt kommen wir zur Wirtschaft. Da gibt es viele Probleme. Also viele Betriebe verlassen Deutschland, melden Insolvenz an oder machen einfach dicht. Es gibt auch die Nachfolgeregelungen, die schwierig sind, weil viele Kinder sagen, nee, Papa, lass mal, ich will was anderes machen. Also viele Menschen haben zudem auch noch Angst vor einem Jobverlust. Wir wissen, die Arbeitslosenzahlen steigen wieder. Armut ist ein Riesenthema, besonders die Altersarmut. Welche Konzepte haben Sie und Ihre Partei für diese wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die wir ja im Moment durchaus haben, gerade auch für Brandenburg? Also die Wirtschaft in Brandenburg ist nicht so schlecht aufgestellt, wie es manch einer beschreibt. Allerdings ist der Tenor, mit dem der Ministerpräsident gerade ja auch durch Brandenburg tingelt, auch sehr optimistisch angelegt. Der verweist natürlich auf die 6 Prozent Wirtschaftswachstum, die Brandenburg hat, höher als manches westdeutsche Bundesland. Ja, das ist erfreulich, aber wir dürfen nicht verkennen, dass es auch wirklich Betriebe gibt, die Probleme haben durch die steigenden Lebenshaltungskosten, insbesondere bei Energie und bei Benzin und Diesel, was wir da in den letzten Monaten und Jahren zu verzeichnen hatten. Ich habe gerade noch mal bei Facebook, wo ich vor vier Jahren eine Anzeige von der Tankstelle gebrüstet habe, gesehen, da kostete der Liter Super 1,20 Euro vor vier Jahren. Wir sind jetzt bei 1,70 Euro, 1,80 Euro. Also da ist in den letzten Jahren eine massive Preissteigerung zu verzeichnen, die von den Betrieben zu verdauen ist. Und man fragt sich oft, wie schaffen sie es eigentlich? Und viele schaffen es eben nicht mehr. Und da muss Wirtschaft und Wirtschaftspolitik eng beieinander sein. Ja, apropos schaffen oder nicht schaffen, wir schaffen das. Das war ja das große Wort oder der große Satz von Angela Merkel. Deshalb wird sie heute oftmals angezählt. Migration, Zuwanderung oder Kriminalität beschäftigen die Menschen auch sehr stark. Welche Konzepte oder welches Konzept im Einzelnen hat Ihre Partei für Brandenburg? Also wir sagen ganz klar, der Grundsatz im Grundgesetz des Asylrechts gilt. Dem hat sich auch Brandenburg anzunehmen zu stellen. Da gibt es gar nichts dran zu zweifeln. Aber natürlich ist der Druck durch Migration auch auf Brandenburg groß. Und wir haben in vielen Kommunen, die Geflüchtete aufzunehmen haben, wirklich das Problem, wie soll das gelingen? Und was mich persönlich ärgert, ist, dass es einen Gipfel nach dem anderen gibt. Mal der Ministerpräsident beim Bundeskanzler, mal der Landräte beim Ministerpräsidenten. Das sind alles Veranstaltungen, in denen man den Eindruck erweckt, ja, wir nehmen uns der Problematik an. Aber was dann hinten rauskommt, was wirklich spürbar ist bei der kommunalen Familie, das ist leider oft sehr wenig. Und da ist unsere Erwartung an die Landesregierung, hier wirklich mehr zu tun. Ein erster Schritt, ein richtiger Schritt war, dass die Geflüchteten länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben, bevor sie in die Kommunen dann verteilt werden. Aber auch wenn jetzt da Möglichkeiten bis zu 18 Monaten bestehen, auch die sind mal zu Ende. Und die Frage ist, was passiert in den 18 Monaten? Sind in diesem Zeitraum die Kommunen wirklich besser aufgestellt, um die Aufnahme und Integration vor Ort leisten zu können? Dann mache ich mal ein großes Fragezeichen an. Ich möchte nochmal auf die CDU zurückkommen, obwohl Sie natürlich für BVB Freie Wähler in Brandenburg hier sind. Denn die Sendung heißt ja auch Politik in Brandenburg. Aber trotzdem, in Berlin-Kreuzberg waren Sie CDU-Mitglied. Warum haben Sie die CDU eigentlich damals in Berlin verlassen? Naja, ich bin von Berlin nach Brandenburg gezogen, habe die Mitgliedschaft erstmal mitgenommen. Und ja, da schließt sich wieder der Kreis zum Flughafen. Ich bin tatsächlich aus der Brandenburger CDU wegen der Flughafen ausgetreten, weil ich versucht habe, parteiintern hinzubekommen, dass sich die Brandenburger CDU gegen den falschen Standort in Schönefeld ausspricht und auch dagegen versucht vorzugehen. Das ist mir nicht gelungen. Die Parteifreunde haben damals gesagt, Mensch, denk mal an die 40.000 Arbeitsplätze, die da entstehen. Da können wir doch nicht dagegen sein. Ich wusste aber um die Belastungen, die entstehen werden und die ja jetzt auch aktuell zu bemerken sind und habe dann gesagt, das ist ein Punkt, da kann ich leider nicht in der Partei bleiben und bin dann ausgetreten. Was liegt Ihnen denn besonders am Herzen? Am Herzen liegen mir die Menschen. In Brandenburg? In Brandenburg. Und am Herzen liegt mir immer Bürgerbeteiligung. Ja, was verstehen Sie darunter, Bürgerbeteiligung? Ja, also ich habe praktische Beispiele in meiner Heimatgemeinde, wo viele Entscheidungen, ich hatte ja eben darauf hingewiesen, vor Ort getroffen werden, wo die Menschen einfach nur konfrontiert werden mit Entscheidungen. Sie werden nicht mitgenommen, sie werden nicht, bevor eine Entscheidung getroffen wird, mal gehört. Sie werden nicht beteiligt. Und das ist ja die DNA von BVB, Freie Wähler, dass wir die Bürger stärker beteiligen wollen, bevor Entscheidungen getroffen werden. Und dann könnte man so manchen Unmut, der hinterher entsteht, abwenden. Sie haben ja auch einen richtigen Job. Sie haben ja einen richtigen Beruf erlernt. Jetzt sind Sie natürlich Berufspolitiker, vielfach vernetzt in vielen Tätigkeiten. Wir haben ja schon darüber gesprochen in den knapp 30 Minuten hier bei Politik in Brandenburg. Und wir kommen direkt aus dem Landtag Brandenburg in Potsdam. Sie merken, es ist ein bisschen Geräusch im Hintergrund. Hier wird natürlich erzählt, direkt hinter uns ist der Plenarsaal. Ja, also die große Politik wird direkt hier hinter uns gemacht. Politik und jetzt, ich sag mal jetzt, der normale Job, den man gelernt hat. Möchten Sie jetzt weiter Politiker bleiben? Sie haben ja Ihr Alter auch genannt. Möchten Sie jetzt also bis zur Verrentung Politiker bleiben? Oder würden Sie gerne mal auch wieder in Ihren alten Jobs arbeiten? Vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen, was Sie alles so gemacht und auch vor allen Dingen gelernt haben. Also ich bin gelernter Kaufmann im großen Außenhandel. Ich habe zuletzt als Kommunikationstrainer in einer großen Firma für Service gearbeitet, bevor ich hier Landtagsabgeordneter wurde. Ich würde es gerne fortsetzen, weitere fünf Jahre, weil, ja, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber die ersten fünf Jahre sind teilweise auch ein Zeitraum, die man braucht, um in den parlamentarischen Betrieb, in die Abläufe hineinzukommen, sich zu vernetzen in viele Richtungen meiner Fachbereiche, in die Universitäten zu den Brand- und Katastrophenschützern. Und, ja, ich will nicht sagen, ich bin jetzt nach fünf Jahren erst fertig, richtiger Landtagsabgeordneter, aber mit dem Wissen, was ich in den ersten fünf Jahren erworben habe, mit den Erfahrungen, würde ich gerne das fünf Jahre noch fortführen und mich freuen, wenn ich wiedergewählt werde. Aber ich hätte auch keine Probleme, wenn es nicht klappen sollte, worauf ich nicht ausgehe und was ich auch nicht hoffe, wieder in meinen alten Beruf als Kaufmann zurückzukehren. Der Arbeitsmarkt ist gerade doch günstig, ist ein Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer und ich bin sicher, dass ich da auch eine Anstellung finden würde, die auch meinen Erfahrungen und Interessen gerecht wird. Nun haben wir über Politik die ganze Zeit gesprochen, jetzt auch noch mal über den Beruf, über den Job. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen was Privates erfahren. 60 Jahre, das hatten Sie schon gesagt. Sie haben zwei große Söhne. Was machen Sie privat? Wie leben Sie privat in Brandenburg, im schönen Brandenburg? Ja, wir leben in der Gemeinde Blankenfelde Malu. Die Söhne sind doch schon einige Zeit aus dem Haus, wohnen beide in Berlin. Und, ja, meine Frau ist in einem Bezirksamt in Berlin tätig, viele Jahre seit ihrer Ausbildung. Und, ja, sie hält mir den Rücken frei, dass ich diese Arbeit hier ausüben kann, dieses parlamentarische Mandat ausüben kann. Weil jetzt, wo wir auch nur noch vier Abgeordnete unserer Landtagsgruppe sind, ist die Arbeit unendlich viel geworden. Ich habe noch zusätzliche Ausschüsse übernommen, bin abends viel unterwegs. Jetzt in dem halben Jahr Wahlkampf noch mehr als sonst schon. Und da bin ich froh, dass sie mir den Rücken frei hält. Und die knappe Freizeit, die mir bleibt, verbringe ich gerne mit ihr und unserem Hund. Und ich bin auch Opa geworden im letzten Jahr und bin immer froh und glücklich, wenn ich mit dem Kleinen auch Zeit verbringen kann. Also wir sehen da diese Verbindung dieser Hauptstadtregion, über die wir vorhin ja schon gesprochen haben, wie wichtig diese Verbindung zwischen Brandenburg und Berlin, zwischen Berlin und Brandenburg ist. Das haben Sie jetzt nochmal als Familie bestätigt. Also die alten Wurzeln sind da quasi immer noch drin, vertreten, immer noch in Richtung Kreuzberg, beziehungsweise in Richtung ganz Berlin. Ich habe ja gesagt, es gibt viele Wahlen, also die Kommunalwahlen, die Landtagswahlen, natürlich sehr wichtig für Brandenburg, aber auch die Europawahlen. Wenn ich Sie jetzt einfach mal frage, stellvertretend für Sie, die Zuschauerinnen und Zuschauer unserer Fernsehsendung, beziehungsweise auf YouTube, warum soll man BVB-Freie Wähler in Brandenburg wählen? Was sagen Sie da? Also wir treten nicht zur Europawahl an als BVB-Freie Wähler. Es gibt Freie Wähler, die auf europäischer Ebene antreten. Ich halte Europa für sehr wichtig, für die Zukunft von uns allen. Ich habe am Anfang schon gesagt, da muss viel reformiert werden. Die Strukturen sind doch teilweise sehr verkrustet. Da laufen ja Bemühungen, auch wenn sie lange dauern. Aber ich halte es wichtig, dass wir als Brandenburg Teil der europäischen Familie bleiben. Wir haben viele Vorteile davon. Und ich kann nur die Gelegenheit nutzen, die Bürgerinnen und Bürger, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu bitten, aufzufordern. Gehen Sie auch zur Europawahl am 9. Juni. Es ist wichtig und ich würde mir wünschen, dass wir noch stärker auch in den Medien über Europa und die Europawahl informieren, dass da das Interesse größer wird. Vielen Dank, Matthias Steffke, Landtagsabgeordneter von BVB-Freie Wähler im Landtag Brandenburg. Vielen Dank für dieses Gespräch hier direkt im Landtag Brandenburg in Potsdam. Ich bin Andreas Dorfmann, Politik in Brandenburg gibt es also im Fernsehen, in Brandenburg und Berlin und außerdem bei YouTube. Egal wo, Sie wissen ja, man sieht sich.